Wo ist so weit la... Hä? Ach, hier ist auch ein Helix-Riss. Alles? Ist hier ohne? Ach, da. Ah, da ist er. Da muss ich hin. Geht ja wieder. Jetzt haben wir... Elf... Knappe zwölf Stunden. Bis wir haben. Boah, ist ein Marathon, ey. Ja, durch machen wir's auf jeden Fall. Okay. So, wo ist unser Ziel? 140 Meter hinter uns. Okay. 140 Meter unter uns? Das schaffen wir doch locker. Boah. Na komm. Du verpasst mehr als du uns nimmst. Ich mach's einfach so. Ausgegleicht in der Gerechtigkeit. Niooo. Hallöchen. Das sieht auch mein Name weiß. Kann ich nicht einfach mal normale Klamotten anziehen. Nio. Na ja, mach mal. Mach du mal. Tschüss. So. Jetzt geht's weiter. Weiter, 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 weiter. Weiter. Äh, warum? Was geht denn jetzt ab? Was ist geschehen? Er wurde verhaftet. Was? Er machte vage Drohungen wegen einer Säuberungsaktion gegen Staatsfeinde und das Komitee wendete sich gegen ihn. Sie bringen ihn ins Lyklon-Burr-Gefängnis. Jeder mit dem Johannen-Harmes-Bär! Dann sollten wir besser schnell zu. Huhuhuhu. Hilly's folgen, okay. Das war sie. Was zum Teufel! Die waren von der Nationalgarde. Bob's Pierce ist kurzer. Verdammt, wenn er entkommen ist. Nur keine Panik jetzt. Vielleicht finden wir heraus, was passiert ist. Das war sie. Ja, erstmal einkaufen. Mit Rauch, ohne Rauchpuppen kann ich gar nicht arbeiten. Das ist immer so meine Notreserve. Kauf einmal ein. 80 Stück ist ja null Problem. Geht auch viel das Geld rein. Kirschpuppen, aber je nach Geld bräuchte ich nicht Munition. Können wir mal voll machen, zur Not. Im Prinzip definitiv immer voll haben. Ah, Phantom-Kling machen wir mal voll. Bisher klingen einer. Ja, gut. Kauf eine, haben wir wieder zwei im Petto. Zack. Und so untersuche das Gebiet. Such weiter. Robespierre ist unsere letzte Verbindung zusammen. Elis, was ist hier geschehen? Wir wurden überfallen. Truppen der Pariser Kommune greifen uns auf den Weg an. Sie wollten die Gefangenen befreien. Haben Sie Robespierre? Ich weiß es nicht. Ich wurde im Kampf verletzt. Sie zogen sich dorthin, zurück. Oh. Geht und sucht euch einen Arzt. Wenn Sie ihn noch haben, bringen Sie ihn bestimmt ins Luxemburg-Gefängnis. Doch wenn nicht, müssen Sie sich in der Nähe verschanzt haben. Sie kämen nicht weit, wenn sich die halbe Stadt gegen Robespierre auflehnt. Ich gehe zum Gefängnis. Du folgst den Aufständen, sieh, ob du eine Spur findest. Okay. Okidoki. Ah, sowas ist einfach hier. Wo sind Sie hin? Sie sind da, in Klang. Ok, da ist das Ding. Ne, 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 das... Da lang. Gut, dass ich Rauchbomben geholt habe. Okay, da ist die Klammer. Du, was schreist du so locker auf dem Tod, aber wenn ich ihn dir bringe, Winsel zu... Du gemäß dich da unten, wer hat's da unten sagt, hier und zu gehen. So. So. Mann. Ich hoffe, ich habe sie nur verfolgen oder was. Weil man wieder nicht liest, ne? Das ist das. Liest er nicht die Anleitung, geht das nix. Na ja. Neuer, Mann. Äh, tot. rot Es ist doch egal, ich komme denn auch nicht bald vorbei. Es ist doch egal, ich komme zu dir, ich komme zu dir, ich komme zu dir. Gott sei Dank seid ihr hier. Die Kommune steht hinter euch. Danke, Sergeant. Eure Treue ist ehrenhaft. Geht besser hinein, Sir. Die Soldaten des Konvents kommen bald. Ja, natürlich. Ich begebe mich in eure fähigen Hände. Wir verlautbaren, dass die revolutionäre Kommune, die sich schuldig machte, den kriminellen Robespierre tatkräftig zu schützen, sich nun in offener Rebellion gegen die Nation befindet. Soldaten unter dem Befehl des Nationalkonvents wurden ausgesandt, um den Verräter Robespierre und seine Gefolgsleute festzunehmen. Die Bürger werden gebeten, über Häuser nicht zu verlassen, die ihre Pflicht sind. Wir verlautbaren weiterhin, dass die Bürger Robespierre, Rebellion und all ihre Verbündeten zu Gesetzlosen erklärt werden. Häftig! Jeder Bürger, der diesen kriminellen Hilfe leistet... Du schüttest mich nicht ab! Nein! Dann, tschüss. Ah, Alter! Zwei Schützen, dass sie auch treffen müssen, die Schweine. Das fand ich so, in dem Moment, wenn die zielen, dass die einfach schießen und gar nicht treffen, wenn man weitergeht. Klar, wenn man stehen bleibt, okay, aber in Bord. Aber da ging's am schnellsten lang. Yay. Die Soldaten unter dem Befehl des Nationalconvents wurden aufgesagt, um den Verräter Robespierre und seine Gefolgsleute festzunehmen. Die Bürger werden gebeten, ihre Häuser nicht zu verlassen, während die Justiz ihre Pflicht rutscht. Die Verlauf waren weiterhin, dass die Bürger Robespierre in Rio und ihre Verbünde rutscht. Das war's für heute. Wenn der Konvent angreift, halten wir niemals stand. Es gibt keinen Kommen. Ich bilde mir doch nicht wahr. Bei der letzten Musterung waren es wieder fünf weniger. Bald muss der Konvent keine Kugel mehr abfeuern. Was? Verflucht. Ich ließ ja immer schon vor Stunden rufen. Merkli. Germain warnte mich für euch. Ihr seid einer von denen, oder? Ein Assassine. Nun nicht mehr. Wo ist Germain? Elise? Wir haben nicht viel Zeit. Wo ist Germain? Ich werde nie reden. Dann schreib. Guter Eingriff. Wir haben immer so. Erste Mission. Sammeln. Dann zweite Mission eintöten. Und dritte Mission eintöten. Und dritte Mission eintöten. Kommt auf jeden Fall immer gut. Oh, falsche Seite. Obwohl wir so grobe hin müssen, da oben hin. Da gehts schneller. Ich schau wieder vor 27 Minuten rum. Das haben wir geschafft. Ein Tod. Und ein bisschen Kleinkram. Sonst eigentlich nicht. Ah, mal gucken. Wie es so alles wird. Nachher bin ich noch. Und nachher bin ich noch. Vielen Dank.